Herzlich Willkommen! Erste Frage, wie kommt man an so einen neuen Bundestrainer wie die World Hopkins? Wie findet man den überhaupt? Es war sehr kompliziert, um ehrlich zu sein. Wir haben uns ja sehr lange Zeit gelassen mit der Suche und dann kommen verschiedene Dinge zur richtigen Zeit zusammen und dann ja, passt es irgendwie. Also es war schon, ich will jetzt nicht sagen Zufall, aber es waren schon ein paar Umstände jetzt um den Draft herum, die dazu geführt haben, dass man ins Gespräch gekommen ist und dann wurden die Gespräche intensiviert und jetzt sind wir alle hier. Wie sieht jetzt in diesem neuen Trainerteam die Zusammenarbeit aus? Also erstens allgemein, zweitens, was ist so dein Part in diesem Team? Mein Part? Ich glaube, mein Part in diesem Team ist, alles zusammenzuhalten und das Große im ganzen Blick zu behalten, so allgemein. Und ich war sehr viel eingebunden, was das Recruiting betrifft und habe versucht, World bestmöglich zu präsentieren zusammen mit Sid, wen wir hier überhaupt alles zur Verfügung haben und dass wir wirklich auch eine gute Auswahl treffen mit den Spielerinnen, mit denen wir hergehen. Und jetzt hier vor Ort ist natürlich auch mein Part, einfach dann mit Dustin viele taktische Sachen zu besprechen, alles gegen zu checken, offensiv, defensiv, Scouting. Ja, und es macht Spaß. Wie sieht so die Trainerphilosophie von Walt Hopkins aus, wenn du mal versuchst, die drei wesentlichen Punkte zu nennen, die dir sofort einfallen? Was wäre das? Er macht immer einen guten Unterschied zwischen Dingen, die wir beeinflussen können und Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch gerade die Dinge, die wir beeinflussen können, dass wir uns da auch auf fokussieren und da immer bei 100 Prozent sind. Und mir gefällt die Intensität im Training sehr gut, die Ansprache sehr gut. Und wenn ich dann weitermachen würde, dann geht es auch darum, dass wir auch ein bisschen schauen, was sind unsere Stärken? Also was können wir tun, offensiv und defensiv, um Kontrolle über das Spiel zu bekommen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen? Und ich finde, dass er alle einbindet. Das ist auch etwas, was ihn ausmacht und auch da wirklich jeden erreicht. Ist er offen für Dinge? Also ist er bereit, seine Philosophie, seine Ideen ein bisschen anzupassen? Es gibt ja schließlich so eine DBB-Spielkonzeption und solche Sachen. Wie passt das zusammen? Ist es schwierig oder hat sich das leichter als gedacht herausgestellt? Ich glaube, dass Ward sehr offen ist für alles, was hilft, dass wir eine bessere Mannschaft werden können. Und das ist erstmal natürlich etwas, was auch für ihn spricht, dass in den Tagen heutzutage man nicht immer nur an seinen starren, sage ich jetzt mal, Strukturen festhält, sondern wenn man offen ist und flexibel ist und immer versucht, daran zu arbeiten, dass das bestmögliche Potenzial ausgeschöpft wird. Okay, eine letzte Frage, ganz konkret zum gestrigen Spiel. Was ist in der Halbzeit passiert in der Kabine? Ja, ich glaube, dass wir sehr viele Dinge angesprochen haben auf der inhaltlichen und auch auf der mentalen Ebene alle. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass unsere Leute auch daran geglaubt haben, in dem Sinne, dass wir wirklich rausgekommen sind und weitergemacht haben, weil wir haben einfach keine gute erste Halbzeit gespielt. Ich habe viele Kleinigkeiten am Anfang mit den Fouls und wir sind trotzdem bei der Sache geblieben, wie man so schön sagt und haben uns nicht davon abbringen lassen. Und ich glaube, das war genau richtig, dass wir an unserem Gameplan festhalten, an uns glauben und zusammen spielen und dann haben wir auch unser Potenzial in der zweiten Hälfte besser zeigen können. Okay, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank.